Der Kampf zwischen den Elfen und den Menschen tobt, um diesen Stab der Wahrheit. Neue Nachricht von Cartman. Er hat mir was geschrieben. Cartman ist jetzt mein Freund. Okay, tödliche Gewalt. Autorisiert. Komme ich nicht durch. Nein, ich furze jetzt die Rübe weg. Pass mal auf. Scheiße. Achso, der Ventilator. Da. Da ist doch was. Ah, alles klar. Ist das geil. Klauenspuren. Sieht nämlich geil aus. So was nehmen wir jetzt. Yeah. Jetzt sehe ich aus wie Wolverine. Oder von Wolverine getroffen. Okay. Oh, Chain-Pokemon. Oh, ich dachte, was läuft denn da raus gerade? Wieder eine Sonde. Teleportieren, teleportieren und das Ding nehmen. Schneeball untersuchen. Hm, nö, brauch ich näher, aber kann ich was mitnehmen natürlich. So, abschießen. Oh, voll gegen die Birne. Und jetzt kann ich hier runter. Geil. Alles nehmen, schließen. Jetzt kann ich den Arm forzen. Scheiße. Na gut, dann müssen wir kämpfen. Leider ist auch plus ein, na gut. Scheiße. Scheiße, man. Räuberklinge, adake. Ach, scheiße, der hat ja... Fuck. Ähm... Einfach adake. Ohne großartig hier... Großartig Magie anzusetzen, einfach nur Attacke. Boots. Der verblutet sowieso von alleine. Ha. Noch plus eins, scheiße. Hey, ich hab' dich geblutet. Oh, ich wollte mir zu merken. Oh, ist er gestorben? Also bluten ist echt eine geile Fähigkeit. Der Tipp war auf jeden Fall hilfreich. Alter Baseball-Auncho. Oh nein, 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 nein. Ich will noch nicht hier hin. Ich will noch hier meine... ...Belohnung abholen. dann das ganze Ding in die Luft jagen am besten noch mit einer schönen Furzgranate genau gut, das kann ich jetzt kaputt machen oder was kann ich hier ja nicht wieder hoch ne, ne wenn ich das kaputt haue mit meinem Basketball des Todes, ne geht ne na gut ab geht's rein helfen wir Cartman oh mein Gott geh zurück, ihr Leute etwas ist wirklich falsch mit den Schrauben Hilfe, bitte das ist Gary Nielsen nicht ihn, ihn ist Ginger wir kamen zur Schule am Morgen nach dem Schrauben um zu verabschieden wir wussten nicht, dass die Schule wurde verabschiedet wir hörten ein Geräusch von hier gefunden, diese grün es war überall es verändert die anderen Schrauben die Schrauben ist es richtig, dass du ein Schrauben der Schrauben in den ersten Tagen etwas in der Schrauben es ist 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 scheiße eine Rutsch oh was was hat denn der für eine geile Waffe scheiße oh man Nazi-Zombie-Kommandant nee Fähigkeiten wie stark sind die anderen drei hm ich könnte den Kunden zum Bluten bringen schau mal schau mal deutsche ergeben halt abwehr verringert so Professor Chaos los zeige deine Macht gut ok ok komm was ganz hartes ja ja das ist nicht schlecht und das sind andere leider hat er es nicht abgezogen scheiße ich hätte zuerst den Schildern zu stellen fuck ah hallo butters das ist doch scheiße der arme der arme kleine junge gesundheit los herstellen nimm die Cookies perfekt so wir nehmen erstmal den Nazi ja Kommandanten so jetzt kümmern wir uns um die kleinen rot Schöpfe scheiße wer gemacht hat mich gebissen oh man scheiße und das insbesondere für eure schule eure schule ah ne so greift man den mal an boh was zu spät oh man butters so gebrochen ok but braucht unbedingt leben hier nimm es nimm es kann ich essen was er kann überhaupt nicht essen oder was da muss er was trinken damit er nicht mehr angewidert ist so dann geht's los Fähigkeit weil die schilder gebrochen sind kann man einfach david stern aktivieren äh david schleuder ja perfekt nicht auf die leichen gekommen auf die leiche das wäre scheiße wenn er dorthin abgesprungen wäre zu diesen hacken kreuz hier ah ne scheiße naja wenn der butters hülle das ist ja nicht so schlimm ich leb ja noch zu spät wie zu spät mensch w-w-was zombie wieder gebohrt WTF oh man was habe ich jetzt gemacht warum ich keine angriffe jetzt gemacht habe ich scheiße ich bin ja dumm man das steht auch gleich wieder aufbestimmt ok 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 fähigkeiten dreidel ja da ist abgehauen das heißt er wird nicht mehr wiederbelebt aber dreidel war jetzt nicht so stark 53 perfekt so einfach david schleuder wieder aktivieren los geht's jetzt jetzt da angepisst Gott sei Dank bin ich so stark wa-oh was was hat er angegriffen Mensch na los nochmal ja sieg heiliger hammer ach so waren schon ein paar brocken alles nehmen da war irgendwas geiles irgendwas zu verbessern hammer ist schwächer Brauchen wir, ne? Ich habe schon nämlich eine geile Klinge. Ändern. Was haben wir denn hier? Nichts. Hä? Warum habe ich immer noch was stehen hier? Ein Bug oder so? Hier habe ich was Neues. Du hältst jede Runde drei MP. Hm. Nicht schlecht so nebenbei. Hm. Das können wir ändern. Wir machen... Du hältst jede Runde drei MP. Das ist nämlich genial. So, jetzt haben wir die Nazi fertig gemacht. Rotschopfige Nazis. Oh, scheiße. Scheiße. Ich höre noch, sieg geil. Inhalt. Sinn. Oh, Mann. Was habe ich jetzt gemacht? Oh, fuck. Vielleicht... Ah, ich kann es bestimmt durchbrechen. Das ist doch der grüne Schleim. Wow, schau an all diese grünen Blüten. Was ist da drin? Da war eigentlich eine Kiste, die ich aufmachen kann. Und das hier auch noch. Mann hat dran. Alles nehmen. Kann ich ja... Vielleicht kann ich sie noch töten, ohne gegen sie zu kämpfen. So. Den einen habe ich schon. Und da habe ich auch noch eine kleine Idee. Vielleicht. Oder? Ne, 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 ne. Geh mal so durch. Nee, nee, nee. Hey, ich will es aktivieren. Ah, ja, ja, genau. Komm, sammle dich wieder auch. Ja. Und jetzt... Nein, Butters. Da kommst du dumm. Du bist... Du bist echt dumm. Oh, Butters, halt dein Maul. Du bist so dumm, Butters. Du bist echt so dumm. Ich habe da so eine Idee. Löffel, ne? Ich dachte, der läuft jetzt. Verpiss dich! Hey! Ja, verpiss dich, du Nazi! Was? Baserike-Anzeichen. Untersuchen? Wenn du Schockschaden zufügst. Hm, nö. Obwohl, ich mache Schockschaden. Ich mache ja Schockschaden. Das wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Ich mache es nicht so verkehrt. Ich mache es nicht so verkehrt. Ich mache es nicht so verkehrt. Hey, Jot. Was ist denn hier? Wem gehört das? Reinigungssal. Das ist ja wie bei das Ding. Wer hat die Läuse? Alles nehmen, Lederflasche. Alles nehmen, alles nehmen. Sonst ist hier nichts. Hm, okay. Hoch. Sehr düstere Stimmung hier in der Schule. Alles nehmen. Nee, nee, nee. Ich mach schon was Wichtiger, würde ich mir denken. Oh, ich muss mal forzen. Scheiße. Das war der verstollene Quietscher. Du wirst das bezahlen. Na gut, lasse ich sie kämpfen da. Hier komm ich nimmer rein. Puppe der verwöhnten Huche. Alles nehmen. Hier war doch irgendwo ein Kind im Schrank versteckt. Ich verstehe das nicht. Was soll das? Mamba-Schwein. Oh Gott, Stan. Hey, Douchebag. Let's see how you like some flaming dog shit. Luca! Dammit, Stan, you dirty elf. I'm zeroed in. Fuck, ich bin hier durch. Furzgranate vielleicht. Fuck, ich muss nicht mal heilen. Los, los, heilen, heilen, heilen. Heil dich. Verpiss dich. Verpiss dich. Wow. Was muss ich denn tun? Oh, scheiße. Was ist denn, wie? Was muss ich denn machen? Hey, Douchebag. Let's see how you like some flaming dog shit. Ich komm hier nicht durch. Hä? Jetzt passiert doch nichts. Ach, da. Nein, die Sonde. Das muss man erst mal sehen, Alter. Alles nehmen. So, runter geht's. Arzt angezündet. Boom. Jetzt mach ich euch kaputt. Ich sag's euch. Nee, darfst du nicht. Jetzt wird gekämpft hier. Let's go. Los geht's. David Schleiner. Ach so, falsche Knöpfe. Ich geh jetzt auf die falschen Knöpfe gedrückt. Ah, nee. So. Oh, ich will jetzt nicht Professor Chaos aktivieren. Fuck, das ist nicht so stark. Zu früh, zu früh. Mann. Oh, wenigstens ein Block immer. So. Let's go. So, jetzt. Einer ist abgehauen. Mann, zu spät. Wie kann das sein? Wie kann das zu spät sein? Fuck, Alter. Ich krieg nur aufs Maul hier. So, ein Schildschild hat er noch. Boom. Blut. So, aktivieren wir einfach mal. Hammer. Hammer. Lenken wir auch noch vom Binnen bis zum Abgriff. Yeah. So, dann ist er gleich K.O., ne? Boom. Dann hab ich gewonnen. Doch, es ist vorbei. Fliehen nützt nichts. Kartman ist hier. So und hier, das ist ja ekelhaftes Zeug. Ist das das Alienschleim-Ding? Das bringt neuer aus. Die Magie. Hä? Was? Ach, hier an die Tür. Ab geht's. Ja, ja, ja. Los, 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 los. Auf geht's. Jetzt machen wir die Elfen fertig und kriegen unser Stab wieder. Das ist hier, neuer Kind. Nein. Let's see, du händelst uns beide. Was ist das für ein Köter? Kontern, okay. Keine Nahkampfangriffe. Sparky. Aber wenn ich ihn zu bluten bringe, ist es okay. Jetzt mal zu bluten bringen. Tja. Tja. Abwehr verringert. Er aktiviert erst mal Professor Chaos. Obwohl. Nein. Ich töte erst mal Sparky. Yeah. Oh, ii. Schon wieder die Scheiße. Wow, wow. Was geht ab? Alter. Das war ja extremst. So, einmal damit Schleuder. Da will ich nur Sparky töten. So, Sparky ist tot. Ausgejudet. Oh, nein, 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 nein. Oh, scheiße. Hätte ich vielleicht nicht tun sollen. Alter Schwede. Mach mich ja fertig hier. Gegenstand. Gesundheit. Gegenstand. Ist das. So, da wir den angreifen können. Aber doppelt belegen mit Buff. Also nochmal bluten. Viermal. Das ist tödlich. So. Jetzt hat er keine Chance mehr. Fühle, mein reiches Führer. Ich bin viel mehr Erfahrung. Booyah. So viel für den legendären Stan Marschwalker. Level 10. Upgrade. Wolverine. Der jüdische Wolverine hat Level 10 erreicht. Hä? Kann ich das nicht nehmen? Jetzt ja. Alles einpacken. Das auch. Was ist das? Na, kann ich durchführen. Hm. Je mehr MP, desto besser. Aber brauche ich ja auch nicht. Vielleicht nicht so richtig. Alles nehmen. Klingen des Waldläufers. Erstmal abchecken, was das für eine geile Scheiße ist. Wenn es eine geile Scheiße ist. Oh, es ist eine geile Scheiße. Auf jeden Fall. Das Ziel beginnt bei perfekten Angriff zu bluten. Optimal. Ein perfekter Angriff. Zielt auf alle, die hinterher stimmen. Wir nehmen die Waffe. Jawohl. Und jetzt nehmen wir das Ding erstmal weg. Erstmal hier weg. Oh. Ne, das hier. Ändern. Haben wir zwei Plätze? Die hat sogar zwei Plätze. Unglaublich. Ändern. Ablegen. Zurück. Ändern. Also erstmal hier Schockschaden. Und. Frostschaden. Achso. Dann hier Schockschaden. Mega fusioniert alles. Komisch. Irgendwie. Noch zuletzt nicht ein Schaden also. Rein. Geil. Oder wir nehmen. Wir hatten irgendwie. Bluten in 10. 25 DPS. Nicht wirklich viel. Ne. Ist nicht wirklich viel. So. Das haben wir durch. Zombie-Fleisch. Uuuh. Ne. Ich bleib dabei. Wir haben noch was gehabt. Achso. Klee. Okay. 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 Fähigkeiten. Eine Fähigkeit verfügbar. Sense. Die Beschneiden sind. Dann werden alle anderen Feinde angewidert. Ja. Wir haben hier dieses Neue. Ägyptische Plagen. Was bist du hier vorher? Sünde müssen sich in Acht nehmen. Die Plagen würden nun mehr Schaden. Das können wir ja auch sehen. Das ist sozusagen. Angriff auf alle Feinde. Okay. Haben wir neue Vorteile hier noch? Ja. Aber nicht. Wir haben ja keine neue Freunde gewonnen. Das habe ich. Das habe ich auch. Tja. Dankeschön für dein geiles neues Schwert. Was haben wir denn hier? Hier ist nix. Oh Gott. Ne. Wir machen so. Hier machen wir Pause. Also einen Cut. Wenn euch diese Folge gefallen hat. Dann natürlich liken und abonnieren. Und ja. Ich verabschiede mich von euch. Euer Joker. Tschüss.